Wir haben ja aus dem alten Feuerwehrauto dieses krasse Expeditionsmobil gebaut. Wir waren jetzt damit in Norwegen auf dem Roadtrip und ihr habt uns einige Fragen dazu gestellt. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einmal durch, beantworte euch die Fragen und zeige euch generell, was wir lieber alles anders gemacht hätten und was wir alles auf die Reise mitgenommen haben. Ich hatte ja am Anfang echt ein bisschen Angst, dass wir mit dem Ding extrem viele Pannen haben würden, weil das ja auch schon ein bisschen älter ist. Wir hatten tatsächlich auf dem ganzen Hinweg keine einzige Panne. Auf dem Rückweg ist dann vorne das Differential kaputt gegangen. Wir haben jetzt unten dann einfach die Antriebswelle ausgebaut, das habt ihr vielleicht auch im Video gesehen. Und dann konnten wir ganz normal weiterfahren. Also an sich war es echt sehr entspannt. Eine Sache, womit wir uns echt ein bisschen verschätzt haben, sind die Reifen. Weil wir nämlich gedacht haben, dass wir da so richtig geile Offroad-Reifen drauf machen. Und an sich sind die auch wirklich nice für so Sand und Schlamm und sowas. Aber im Eis sind die extrem schlecht, weil die nicht so wie Winterreifen hier so Rillen drin haben, sondern nur diese Stollen. Und wir sind damit echt krass gerutscht. Also ganz am Anfang sind wir direkt erstmal in so einer Kreuzung praktisch in die Leitplanke reingerutscht. Zum Glück nur mit dem Rad, also ist nichts passiert. Aber dann haben wir die Spikes reingemacht und dann hat es auch halbwegs funktioniert. Aber ich würde euch auf jeden Fall raten, wenn ihr einen Roadtrip irgendwo in Schnee und Eis macht, dass ihr andere Reifen nehmt. Dass wir wirklich top achtet, dass die auch für Eis funktionieren, weil das war mit denen ein bisschen kritisch. Eine Sache, die richtig nice ist, sind diese Boxen hier. Die haben wir ziemlich spontan darunter gemacht, weil der Tobi von 4W24 die noch rumstehen hatte. Und da haben wir jetzt eine Outdoor-Kische reingemacht und dann immer draußen gekocht. Und es war einfach extrem nice. Also da ist wirklich so viel Platz drin, wie in so einem Kofferraum von einem normalen Auto. Also es ist echt eine nice Sache, gerade wenn man mit so vielen Leuten unterwegs ist. Eine Frage, die uns auch echt viele gestellt haben, war, was wir alles machen mussten, um TÜV zu kriegen, weil das Auto am Anfang ja keinen TÜV hatte. Und da ist eine Sache, die ich auch überhaupt nicht wusste, dass man diese Stange hier braucht. Das ist so ein Unterfahrschutz, dass die Autos hier nicht drunter fahren können und sie ihn verklemmen können. Ansonsten mussten wir noch ein Bett einbauen und so die ganzen Voraussetzungen erfüllen, dass das als Wohnmobil zugelassen wurde, so Bremsen, so ein paar Sachen mussten wir machen. Aber allzu viel war es gar nicht. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt einmal rein und zeige euch, wie sich der Ausbau drin bewährt hat. So, ich habe am Anfang ja gedacht, dass die Stufe hier extremst unnötig ist. Aber an sich war es schon sehr geil, Kat, wenn draußen irgendwie Schnee ist und du halt nicht direkt mit deinen Schuhen in den Schnee willst oder hier draußen Schuhe anziehen willst. War schon eine nice Sache. Wie komme ich da jetzt hoch? Das ist schon immer eine Herausforderung hier ohne Leiter. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass wir hinten diese Kabine gebaut haben. Gerade jetzt mit neun Leuten war es einfach sehr, sehr geil. Also man hat vorne ganz gut chillen können drin, aber gerade wenn wir jetzt irgendwo angekommen sind, war es schon sehr nice. Auch die Küchenzeile und so gekocht haben wir zwar meistens draußen, aber allein als Ablagefläche und so war es schon sehr nice. Was auch echt praktisch war, war, dass wir diese großen Kisten hier reingebaut haben. Mit neun Leuten hat man einfach extremst viel Gepäck und so hat jeder dann seine eigene Kiste gehabt, wo er seine Sachen reinmachen konnte. Das Einzige, was man da noch verbessern kann, ist, dass wir hier ja diese Schrauben reingemacht haben. Dass die Kiste theoretisch nicht rausfliegt, also man muss sie immer erst ein bisschen hochziehen und dann kann man die rausziehen. Aber wir sind manchmal über so krasse Bodenwelle hingefahren, dass die Kiste halt nach oben geflogen ist und dann trotzdem rausgefallen ist. Also gerade hinten ist das manchmal passiert. Da müssen wir auch irgendwas davor machen, dass man die irgendwie zusätzlich sichern kann. Aber an sich war das auf jeden Fall eine sehr geile Sache. Was echt richtig gut funktioniert hat, war die Stromversorgung. Wir mussten ja die ganzen Akkus von Kameras und so weiter laden. Dafür haben wir hier die Delta Pro von EcoFlow drin. Das ist echt richtig nice. Wir hatten auch Heizdecken, alles mögliche angeschlossen. Man kann hier sogar ganz entspannt einen Wasserkocher anschließen und sich dann hier drinnen Tee kochen. Das Sofa hier drin, was man so zum Bett ausklappen kann, ist an sich auch wirklich sehr nice. Allerdings gab es ja eine Sache, die ein bisschen dumm war. Und zwar haben wir das ja alle sehr schnell gebaut, weil wir nicht so viel Zeit hatten. Und ich habe es gar nicht wirklich ausprobiert. Und wenn man das einmal komplett ausklappt, dann geht es gerade fünf Zentimeter hier vorne vor die Badtür. Das heißt, man kommt da nicht ins Bad rein, was ein bisschen dumm war. Man kann es jetzt einfach bis nach hinten schrauben und dann passt es wieder. Eine Sache, die ich hier glaube ich auch noch ein bisschen anders gemacht hätte, wäre, jetzt ist es ja so gebaut, dass man es dreimal ausklappen kann. Ich glaube praktischer wäre es, wenn es ein bisschen länger wäre und man es dafür nur zweimal ausklappen muss. Dafür könnte es auch ein bisschen näher an der Wand dran sein. Also man wird kaum Platz verlieren, wäre aber nicht ganz so kompliziert. Aber an sich war es schon eine sehr gute Sache. Das Dach hier oben zu bauen, hat sich auf jeden Fall voll gelohnt. Es war schon echt krass viel Arbeit. Aber am Ende haben wir echt mehr Leute geschlafen, als es nötig gewesen wäre. Das Bett unten war immer halb leer, da hat glaube ich immer nur einer drin geschlafen, weil es hier oben einfach nice ist, so mit der Folie, da kann man schön rausgucken. Es ist auch tatsächlich relativ warm geworden, aber natürlich nicht so warm wie jetzt unten drin, weil die Folie einfach nicht ganz so gut isoliert. Da war ich sehr, sehr dankbar, dass uns der BW-Onlineshop richtig gute Ausrüstung zur Verfügung gestellt hat. Die haben uns unter anderem diese nice Schlafsäcke hier geschickt. Die gehen bis minus 18 Grad und die haben wir echt gut gebrauchen können, weil ein, zweimal die Standheizung ausgefallen ist. Wir haben jetzt dann unten auch einfach mit den Schlafsäcken reingetillt und dann war kein Stress, dass es ein bisschen kälter war. Generell hat der BW-Onlineshop richtig gute Ausrüstung für alle, die gerne draußen unterwegs sind. Also egal, ob das jetzt Einsteigerausrüstung ist oder auch richtig professionelle Sachen. Wir haben von denen auch richtig viel gehabt für die Outdoor-Küche unten zum Beispiel. Dieser riesige Kochtopf, den habt ihr wahrscheinlich auch im Video gesehen, so der war von denen. Der war schon sehr nice, dass wir da für alle so in einem Topf am Lagerfeuer kochen konnten. Auch Kleidung gibt es bei denen richtig nice. Die hatten uns richtig warme Jacken geschickt und auch so Thermounterwäsche und sowas. Das war gerade beim Schneemobilfahren wirklich nice, weil mit dem Wind und so, wenn man da einfach drauf sitzt und sich nicht allzu viel bewegt, dann kann es schon echt ganz schön kalt werden. Zusätzlich hat der BW-Onlineshop einen eigenen YouTube-Kanal, wo es immer alle möglichen Tipps und Tricks für eure Autoabenteuer gibt. Schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei. Und dann gibt es noch eine gute Nachricht und zwar gibt es ab jetzt zwei Wochen lang 10% Rabatt auf alle Produkte im BW-Onlineshop. Dafür müsst ihr einfach nur den Rabattcode RLG10 eingeben. Das Einzige, was hier manchmal ein bisschen ein Problem war, war, dass die Folie ziemlich beschlagen ist. Ist ja klar, wenn die kalt wird und hier drinnen die Leute schlafen. Ich glaube, das Problem hat man nicht so, wenn es draußen wärmer ist. Wenn wir nochmal irgendwo hinfahren sollten, dass es richtig kalt ist, können wir uns ja überlegen, ob wir hier so Wände reinbauen, die man von oben runterklappen kann oder so. Dann hätte man das Problem nicht. Aber ganz so schlimm war es auch nicht. Dann beantworte ich jetzt gleich vorne noch ein paar Fragen von euch. Ich glaube, der Durchgang hier ist auf jeden Fall eine der coolsten Sachen. Ist einfach schon ein Riesenvorteil, wenn man nicht immer seine Schuhe ausziehen muss und dann einmal aus ein bisschen Schnee muss, um hier hinten was rauszuholen. Die Sitzecke hier hinten kann man ja außerdem noch zu einem riesigen Bett umbauen. Da muss man hier oben diese Platten rausmachen, kann die dann hier reinlegen. Ich finde auch die Klemmen hier voll nice. An sich hat sich das auch echt bewährt. Also wir haben hier sogar oft drin zu viert geschlafen. Ist echt viel Platz. Ich glaube insgesamt könnten hier vier, da zwei und oben auch nochmal vier oder fünf schlafen. Also da passen schon echt viele Leute rein. Wo ich auch sehr froh dafür bin, ist, dass wir die Bänke hier neu gepolstert haben. Die war ja am Anfang wirklich richtig hart und so war das echt sehr, sehr bequem. Dann schaue ich mir jetzt nochmal an, was ihr alles für Fragen gestellt habt. Eine Sache, die echt viele wissen wollten, war, was man für das Ganze hier für einen Führerschein braucht. Das Ganze ist natürlich ein LKW, der wiegt ungefähr etwas über 7,5 Tonnen. Deswegen braucht man den C-Führerschein. Ich kann das Ganze nicht fahren. Nochmal ganz, ganz lieben Dank an Luke und Max, dass sie die ganze Zeit durchgefahren sind. Wir sind die einzigen von uns, die einen Führerschein haben. Eine andere Frage war noch, wie viel PS der LKW hat. Der hat 192 PS. Ist an sich schon viel, aber dafür, dass er halt so viel wiegt, auch nicht allzu viel. Ich glaube, der kann maximal 90 fahren. Also schneller darf man eh nicht mit einem LKW fahren. Von daher eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Wie weit wir gefahren sind, wollten noch einige wissen. Das waren ungefähr 3000 Kilometer. Also wir sind gar nicht so weit hoch jetzt nach Norwegen gefahren. Wir waren immer relativ in der Nähe von Oslo. Also damals, als wir mit Erik diese Tour mit dem Fabia gemacht haben, sind wir komplett bis hoch zum Polarkreis gefahren. Das war nochmal viel, viel weiter. Ich glaube, eine der meistgestellten Fragen überhaupt war natürlich, was das Ganze hier gekostet hat. Und zwar hat der LKW, also als Feuerwehrauto, 6.500 Euro gekostet. Was an sich finde ich echt okay ist. Also dafür, dass er in einem ziemlich guten Zustand war. Also hatte kein TÜV und so, deswegen war er ein bisschen günstiger. Hat am Ende jetzt gut funktioniert. Hat nicht allzu viele Pannen gehabt. Und für den Umbau hier, alles, was wir umgebaut haben, haben wir nochmal ungefähr 10.000 Euro reingesteckt. Was auch echt gut ist, wenn man es jetzt mit einem anderen Expeditionsmobil vergleicht. Die sind ja echt oft viel, viel teurer. Da auch nochmal ganz, ganz lieben Dank an den Tobi von VW24. Der hat uns richtig viel dabei geholfen und echt viel kostenlos gemacht. Und auch einige Sachen geschenkt. Sonst wäre es auf jeden Fall nicht ganz so günstig geworden. Ich finde aber generell, dass man für einen Roadtrip-Mobil gar nicht so viel Geld ausgeben muss. Wir haben ja schon zwei Reisen auf jeden Fall mit so einem Bus gemacht. Einmal hatten wir so einen Opel Movano und einmal einen Sprinter. Da hatten wir einfach hinten so ganz einfach aus USB-Platten Betten reingebaut. Das würde ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Also wenn ihr mit euren Freunden irgendwas Cooles machen wollt. Es war echt nicht viel Arbeit. Ich glaube, wir haben da gefühlt so ein, zwei Tage dran gearbeitet. Und hatten trotzdem nachher eine richtig geile Zeit. Ja, von daher wäre das so meine Empfehlung für euch. Okay, dann war jetzt noch eine Frage, wie lange der ganze Umbau gedauert hat. Wir haben so ungefähr drei Wochen dran gearbeitet. Aber man muss ja echt sagen, gerade der Daniel, der hat da echt einige Nächte durchgemacht. Und bestimmt 18 Stunden am Tag gearbeitet. Von daher, ich denke mal, wenn man es jetzt normalerweise machen würde, würde ich da einiges mehr Zeit einplanen. Ich glaube, das ist so ein Projekt, wofür man sich wahrscheinlich sonst eher mehrere Monate Zeit nehmen würde. Dann noch ein paar andere Fakten zum Fahrzeug. Das ganze Auto hat Allrad. Das macht natürlich extrem Sinn. Ich glaube, sonst wäre es auch nicht wirklich so ein Offroad-Mobil. Und dann hinten sogar eine Differenzialsperre. Das heißt, man kann verhindern, dass ein Rad durchdreht. Dadurch ist es auch noch mal einiges Offroad-fähiger. Was auch noch einige von euch wissen wollten, war, wo jetzt unsere nächste Reise mit dem LKW hier hingeht. Und es steht noch nicht so ganz fest, aber ich habe auf jeden Fall mega Bock damit, mal eine krasse Wüste zu fahren. Der Tobi, der das mit uns zusammen umgebaut hat, der hat ja auch so ähnliche LKWs. Und der hat uns richtig vorgeschwärmt, wie es ist damit, durch so krasse Sanddünen zu fahren. Von daher habe ich da richtig Bock drauf. Wenn ihr Ideen habt, wo wir hinfahren sollen, dann schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Und auch generell, wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, was wir besser machen können, was wir umbauen sollen, dann schreibt es immer in die Kommentare. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.